Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehende Cheeseburger Blätterteigrolle. Ihr wisst genau, was das bedeutet. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Rezeptvideo mit einer gusseisernen Pfanne. Die gusseiserne Pfanne wandert auf mein Seitenkochfeld, dann gebe ich etwas Rapsöl hinein und brate dann darin etwa 800 bis 900 Gramm Rindergehacktes an. Dazu würze ich das Ganze mit etwas Barbecue-Rub. Die Rezeptmenge für unsere heutige Cheeseburgerrolle bezieht sich auf zwei Rollen. Also in dem Fall brauche ich so ca. 400 Gramm Hackfleisch pro Rolle. Sobald das erfolgt ist, nehme ich meine gusseiserne Pfanne wieder vom Seitenkochfeld herunter und setze das auf meinen Gasgrill bei indirekter Hitze und halte das Hackfleisch noch warm. Dann nehmen wir uns eine halbe Zwiebel und schneiden diese in Würfel. Hier reicht eine halbe Zwiebel für zwei Rollen. Aber die genauen Mengenangaben schreibe ich euch auf jeden Fall auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Dort findet ihr im Übrigen auch den Link zu meinem letzten Buch, Barbecue the American Way. Noch gibt es davon ein paar Exemplare. Das erste Buch ist ja bereits ausverkauft. Wenn ihr da Bock drauf habt, würde es mich freuen. Nun benötigen wir Blätterteig. In dem Fall so einen fertigen Bogen kann man in nahezu jedem Supermarkt kaufen. Für mich steht hier in dem Fall im Übrigen auch das Selbermachen von Blätterteig in keinem Verhältnis zu der Qualität der Produkte, die man so kaufen kann. Da hätte ich überhaupt keine Böcke drauf. Von daher finde ich das völlig legitim. Dann nehmen wir zwei bis drei Esslöffel Ketchup und etwas Senf und verteilen das so mittig. Die Idee ist, die Füllung in der Mitte aufzutragen und die Seitenränder freizulassen. Hier wäre es gut, wenn man nicht zu sehr in die Höhe baut. Ich fange jetzt zum Beispiel mal mit dem Hackfleisch an und gebe so die erste Hälfte, 350 bis 400 Gramm, auf die Soße. Und danach drücke ich das so ein bisschen platt. Jetzt hat man auch mal die Möglichkeit, noch mal zusätzlich Hackfleisch aufzuschichten. Ja, ist ganz schön frostig bei mir gerade. Dann geben wir die frischen Zwiebeln obendrauf. Wer möchte, kann auch Röstzwiebeln nehmen. Grundsätzlich ist natürlich alles erlaubt, was jetzt auf einen Burger passt oder was ihr gerne auf Burgern habt. Man könnte auch großen Bacon da reinbröseln oder sowas. Ich habe mich dazu entschieden, noch Burgergurken aufzulegen und natürlich einen Käse, in dem Fall Shedda. Hat immer einen tollen Geschmack und vor allen Dingen aber auch eine sehr coole Farbe. Jetzt nehme ich ein scharfes Messer und schneide so von der Mitte weg, jeweils in unregelmäßigen Abständen, so alle ein bis zwei Finger breit, meinen Blätterteig ein. Jetzt wird das Ganze zusammengelegt. Hier gibt es nur zwei Herausforderungen, einmal am Anfang und einmal am Ende. Es so einzuschlagen, dass der Blätterteig sich so überlappt und nicht mehr aufgeht. Aber von vorne nach hinten, jeweils versetzt, funktioniert das ganz gut. Also kein Hexenwerk. Jetzt stellt sich nun noch die Frage, wie kriegt man das eigentlich vernünftig auf den Grill und wieder runter. Mein erster Step ist, ich schneide das überschüssige Backpapier weg. Dann habe ich nur noch am Ende meine Blätterteigrolle in der Mitte liegen. Das zweite ist, ich behelfe mir mit einer Zedernholzplanke oder einem Flammlachsbrett oder ähnlichem. Das ist super einfach. Und dann kann man die Blätterteigrolle einfach so anheben und auf die Zedernholzplanke setzen. Das war's schon. Jetzt bepinseln wir das Ganze noch mit etwas verquirltem Ei. Wer möchte, kann auch nur Eigelb nehmen. Gibt auf jeden Fall am Ende eine sehr schöne Farbe. Wenn ich Cheeseburger selber mache und auch Brötchen selber backe, darf Sesam nicht fehlen. Also werde ich auch hier einmal die Blätterteigrolle mit ein paar Sesamkörnern überziehen. Damit der Blätterteig gelingt, brauchen wir jetzt einen Grill, der über einigermaßen Power verfügt. In dem Fall ist das jetzt hier mein G&G Pallet Grill. Das funktioniert wunderbar, denn das Umluftprinzip ähnlich wie im Backofen funktioniert bei diesem Grill auch ganz hervorragend. Jetzt regeln wir den Grill hoch auf etwa 190 Grad Celsius und lassen dann unsere Blätterteig-Cheeseburger rollen für etwa 25 bis 30 Minuten grillen, bis der Blätterteig aufgegangen ist und eine einigermaßen schöne Farbe hat. Das Ergebnis ist wirklich super. Ich finde es geschmacklich toll, ich finde es optisch toll und es macht auch noch ein bisschen was her, wenn man da so kleine Stücke von abschneidet. Also meine Kinder haben das auch geliebt. Sieht auf jeden Fall, wie ich finde, richtig, richtig geil aus. Wer möchte, kann natürlich da jetzt noch ein bisschen was adjustieren. Man kann natürlich auch noch Burgersoße selber machen, dazu reichen oder Tomaten oder andere Toppings, die ihr gerne auf Burger habt, dort mit in diese Blätterteigrolle einarbeiten. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. So viel sei gesagt, ich finde das Ergebnis wirklich richtig, richtig geil. Ich hatte mal vor ein paar Monaten ein Video zu einer Cheeseburger-Eirolle. Das mit Blätterteig hier finde ich noch geiler. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, wäre es cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr. Besucht auch meine Fanpages. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus. Tschüss. Tschüss. Tui held چ. Tui ab Must. Bottos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017